Mario Kart Super Circuit 9.2001 Sieht so episch aus, die Animation von Bowser mit seinen Botox-Flippen da Ein Aran? What the hell? Wir waren in diesem Cup besser als im Pilz-Cup? Okay, ich verstehe das Bewertungssystem nicht. Und ich muss sagen, dass die Parts zu kurz sind, das ist für mich sogar ziemlich cool. Weil ich habe ja drei Videos pro Tag raus und das ist doch schon sehr, sehr anstrengend. Und so kann ich auch mal ein bisschen früher Schluss machen, sag ich mal. Es ist doch sehr entspannend, muss ich sagen. Hier rutscht man nämlich gewaltig und ja, ich mag die Strecke einfach nicht. Vor allem, immer wenn ich sie fahre, muss ich irgendwie dran denken. Oh mein Gott, es ist ja bald schon wieder Weihnachten. Ja, selbst im Januar denke ich so. Oder ja, es war ja gerade Weihnachten. Und jetzt denke ich, es kommt bald Weihnachten. Mir fällt auf, ich kriege nur beschissene Items, Mann. Ich muss noch Erster werden. Hallo. Oh, und dann verpasse ich den Beschleunigungsstreifen nicht, Trottel. Aber gut. Die Red Shell hat's ge... Ah! Ich wollte sagen, die Red Shell hat's gerichtet. Und das hat sie. Zum Glück ist Barrio fett und schwer. Demnach konnte Luigi mich nicht wegchecken und bleibt's weiter. Das Driften könnte mir helfen, aber ich hab einfach keine Ahnung, wie sich das in diesem Spiel verhält. Deswegen lass ich's. Ein Buhu. Und ich stehle nur eine Banane. Aber vom Donkey Kong, das ist gut, weil er verliert somit Speed. Wir können ihn überholen. Der Buhu hält relativ lange an, deswegen ist er so fies. Und der Pilz muss es jetzt richten für mich. Aber ich bin blöd. Ich bin blöd. Oh Gott, ey. Die Fails sind so episch. Ey, da hab ich gerade meine... Gottverdammte Grüne weggeballert, ja. Dann kommt der daher. Und jetzt zeig ich euch doch mal die Abkürzung. Die ist nämlich hier zu sehen. Und warum hat das jetzt nicht funktioniert? Ich hab doch alles richtig gemacht. Ich hab den Pilz genutzt. Ich bin auf dem Beschleunigungsstreifen. Oh, was der hell? Das nervt halt, dass man die Green Shells nicht nach hinten ballern kann. Und was war das denn? Ich Idiot, ich dämlicher. Ja nix, bingo. Das war dumm. Soll ich den Megasprung wagen? Na komm, Yolo Day. Oh crap! Oh crap! What the hell? Nein! Jetzt bin ich leider ein Schwanken gekommen. Das darf natürlich nicht passieren. Schade. Wir hätten dann sonst... Spannung pur und der Krankenwagen ist zu hören. Ich weiß nicht, ob man es durchs Mikro hört, aber ich höre ihn auf jeden Fall vom Fenster. Die wollen mich abholen. Aber so schlimm ist es ja nicht. Ich hab schon ganz andere Sachen Let's Play Day. Du kriegst aufs Maul, wenn du vor mir bist. Deswegen habe ich auch gar nicht versucht, jetzt hier irgendwelche Manöver zu starten. Und natürlich rutsch ich auf der Banane aus. Ist ja auch klar. Den rote Panzer kann man nur mit nem Stern oder... Ja mit... Mit nem Pilz tatsächlich kann man die auch abwehren. In dem Moment, in dem man von der Rachel getroffen werden sollte... Boah! Foto-Finish! Was war das denn schon wieder? Oh ja, wie zur Hölle rutscht man denn hier weg? Guckt euch das mal an! Da drücke ich kurz nach rechts und bin dann schon 50 Meter auf der anderen Seite. Voll ins Rückgrat rein! Boah! Wieso rutsche ich hier so elendig weg? Ich hätte die Sache hier locker gewinnen können. Aber nein! Ich mach wieder Scheiße. Oh Mann, wie hat denn der Yoshi jetzt meine Red Shell abgewehrt? Christ! Warum falle ich denn jetzt ständig runter? Bin ich denn hier der letzte Noob oder was?